Beim Start für einen Langstreckenflug über den Atlantik erwischt dieser Airbus einen kompletten Vogelschwarm. Das rechte Triebwerk fängt sofort an zu vibrieren und macht ganz offensichtlich Probleme. Wie die Piloten einen solchen Fall handeln und die Maschine mit über 230 Menschen an Bord wieder sicher an den Boden bringen, das zeige ich euch heute. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe es geht euch gut. Das Flugzeug, was wir dort im Video sehen, ist ein Airbus A330-300, der Air Lingus. Wir sehen die Maschine beim Start in Dublin für einen knapp 8 Stunden langen Flug nach Chicago. An Bord befinden sich 237 Leute und bei recht strammem Wind beginnt der Airbus auf der Startbahn 28 rechts in westliche Richtung mit dem Startlauf. Während das Flugzeug dann die Nase anhebt, also mitten in der Rotation unmittelbar vor dem Abheben, erwischt die Maschine einen ganzen Vogelschwarm, so wie es aussieht Tauben. Es kommt zu mehreren Bird Strikes, gut erkennbar auch an der Tragflächenvorderkante. Das rechte Triebwerk des Airbus, welches gerade nahezu unter Volllast läuft, wird getroffen, offensichtlich beschädigt, fällt jedoch nicht aus. Stattdessen verändert sich gut hörbar der Ton, den das Triebwerk macht und es fängt ziemlich stark an zu vibrieren. Und genau an der Stelle gehen wir jetzt weiter ins Detail. Zum Zeitpunkt des Bird Strikes können die Piloten den Start definitiv nicht mehr abbrechen. Die Entscheidungsgeschwindigkeit V1, bis zu welcher man den Start abbrechen könnte, die ist immer niedriger oder gleich der Rotationsgeschwindigkeit, also der Geschwindigkeit VR, bei welcher der fliegende Pilot am Side-Stick zieht, um die Nase der Maschine anzuheben und das Flugzeug in die Luft zu bringen. Unmittelbar nach der Entscheidungsgeschwindigkeit V1 Probleme mit dem Triebwerk zu bekommen, ist also der schlechteste Zeitpunkt dafür, da nun zum einen nicht mehr die Möglichkeit besteht, das Flugzeug noch sicher auf der verbleibenden Startbahn zum Stehen zu bringen, zum anderen für den jetzt kommenden Steigflug dann eben nur noch der Schub eines Triebwerkes zur Verfügung steht. Aber so ein großes, schweres Langstreckenflugzeug kann ja nicht mit nur noch einem funktionierenden Triebwerk starten. Doch kann es tatsächlich und es gilt auch ausnahmslos für jedes Verkehrsflugzeug. Jedes Verkehrsflugzeug, egal wie schwer es ist, bis zum maximalen Abfluggewicht der Maschine, kann einen Triebwerksausfall beim Start nach der Entscheidungsgeschwindigkeit V1 auf jeden Fall verkraften, kann dann noch sicher abheben, sicher steigen, sicher fliegen und damit dann auch sicher wieder landen. Das gehört zu den Kriterien dazu, die ein Verkehrsflugzeug erfüllen muss, bevor es die Zertifizierung der Luftfahrtbehörden bekommt. Im Detail steckt dahinter natürlich eine ganze Menge mehr oder weniger komplizierte Mathematik. Das hier auszurollen würde uns jetzt auch nicht wirklich weiterbringen. Es reicht uns erst einmal die Info, dass wir als Piloten vor jedem einzelnen Start mit unserem Flugzeug eine Performance-Berechnung durchführen. Bei dieser kommt dann raus, dass das Flugzeug auch bei einem Triebwerksausfall zum schlechtesten Zeitpunkt einfach gesagt noch sicher bei trockener Bahn in mindestens 35 Fuß über den Flughafenzaun kommt, bei nasser Bahn in mindestens 15 Fuß. Das sind gute 10 beziehungsweise knappe 5 Meter. Keine wirklich schöne Vorstellung, dass man mit so wenig Höhe über den Flughafenzaun schrubbt, aber es ist auch wirklich nur das absolute Minimum. Und genauso gibt es auch für den darauffolgenden Steigflug einen sogenannten Minimum-Kleimgradienten, der erfüllt werden muss. Und der hängt dann wiederum von der Anzahl der Triebwerke des Flugzeuges ab, ist aber mit 2,4% bei einem zweistrahligen beziehungsweise 3,0% bei einem vierstrahligen Flugzeug kurz nach dem Einfahren des Fahrwerks auch nicht wirklich sonderlich steil. Aber es ist eben das Minimum, das bei jedem Start erfüllt werden muss und im Zweifelsfall dann eben auch das maximale Abfluggewicht an diesem Flughafen an diesem Tag unter diesen Bedingungen begrenzen kann. Wenn eine Cockpit-Besatzung von einem ausgereizten Take-Off spricht, dann sprechen die in aller Regel davon, dass man sich bei diesem Start im Falle eines Engine-Failures eben sehr nah an diesem Minima bewegen würde. Schön anschaulich ist das, wenn man so einen voll beladenen A340-300 beim Start sieht. Wenn man sich da vorstellt, okay, da könnte jetzt noch ein Triebwerk ausfallen und das Ding wird trotzdem sicher fliegen. Kann man sich dann schon mal vorstellen, wie das aussieht, wenn so ein Ding in 35 Fuß über den Zaun geht. Oder wenn man sich anschaut, wie sich zum Beispiel ein A350 in die Luft quälen muss, wenn bei einem Testflug eben genau das getestet wird. Ein Triebwerksausfall bei V1. Also jedes Flugzeug kommt auch mit einem Triebwerksausfall bei V1 bei der Entscheidungsgeschwindigkeit sicher in die Luft. Jetzt hatten die in unserem Fall mit dem A330 ja aber offensichtlich keinen wirklichen Triebwerksausfall. Womöglich nicht mal wirklich merkbaren Schubverlust, sondern vielmehr irgendwas ist da kaputt gegangen und es gab starke Vibrationen. Das hat auf der einen Seite den Vorteil, dass es keine ungleiche Schubverteilung gibt. Also das eine Triebwerk auf der einen Seite läuft unter Volllast und das andere Triebwerk auf der anderen Seite, das liefert gar keinen Schub mehr, sondern erzeugt nur noch zusätzlichen Widerstand. Das erzeugt einen Drehmoment um die Hochachse und macht so eine Rotation ziemlich anspruchsvoll. Dazu kommt noch, dass so ein Airbus mit anderthalb funktionierenden Triebwerken natürlich noch sehr viel besser vom Boden wegkommt als mit nur noch einem funktionierenden Triebwerk. Aber auf der anderen Seite macht es diesen Fehler auch irgendwie kompliziert. Es ist schwer nachvollziehbar, was da genau kaputt gegangen ist, was genau passiert ist und es ist vor allem nicht wirklich berechenbar, wie lange das angeschlagene Triebwerk noch durchhält. Deswegen wird dieser Vorfall von den Piloten auch erst einmal abgearbeitet wie ein Engine Failure, was hier zu einem Mayday und einer Luftnotlage führt. Und vielleicht wundert sich jetzt der ein oder andere, wir haben dir den Fehler denn so schnell nach dem Start abgearbeitet, das geht ja eigentlich gar nicht. Wie kann das so schnell gehen? Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir haben in vergangenen Videos zu so ähnlichen Vorfällen immer mal wieder über einen zeitkritischen Zustand auf der einen Seite gesprochen. Und über einen zeitunkritischen Zustand. Der zeitkritische Zustand, der führt dann zwangsläufig zu einer zeitkritischen Entscheidungsfindung, zu einem zeitkritischen Vordeck, was dann zur Landung auf dem nächsten passenden Flughafen führt. Oder dann halt eben der zeitunkritische Zustand mit einer zeitunkritischen Entscheidungsfindung und dann eben der Suche nach der in jeglicher Hinsicht besten Lösung. Hier können wir jetzt für diesen Vorfall aber eine neue Begrifflichkeit einführen und zwar die sogenannte Can't Decision. Vor jedem Start sprechen wir im Cockpit darüber, ob wir im Notfall, zum Beispiel eben bei einem Triebwerksausfall, bei einem Feuer oder was auch immer, wieder zum Platz zurückkehren können. Und was dann zu beachten wäre, wir gehen sogar so weit, dass wir eine unmittelbare Rückkehr zum Startflughafen vor jedem Start einfach gesagt schon mal im Bordcomputer vorbereiten, so dass wir im Fall der Fälle zumindest im Airbus nur drei Knöpfe drücken müssen und das gesamte Flugzeug ist für eine Landung am Startflughafen vorbereitet. Ein wirkliches Vordeck, also eine wirkliche Entscheidungsfindung, die gibt es hier in der Luft gar nicht mehr. Das war schon vor dem Start für einen solchen Fall längst abgeschlossen und man greift einfach ins Regal und holt seine Can't Decision raus. Und so kann die Flugsicherung direkt über die Luftnotlage informiert werden und die Rückkehr zum Startflughafen vorbereitet werden. Währenddessen ist im Cockpit natürlich viel los. Bei so einem Birdstrike, wo ein Triebwerk beschädigt wird, aber nicht ganz ausfällt, aber irgendwas auf jeden Fall nicht mehr richtig funktioniert, kann eventuell im Cockpit eine Fehlermeldung aufpoppen, die dann entsprechend abgearbeitet werden kann. Oder aber, es kann auch einfach sein, dass keine Fehlermeldung aufpoppt und einfach das Triebwerk unrund läuft. Bestimmte Werte, wie die Abgastemperatur oder sowas, das kann dann auffällig sein oder es kommt zu sogenannten Compressor-Stalls oder auch dafür haben wir eine Anzeige, die Vibrationen im Triebwerk überschreiten ganz einfach eine bestimmte Schwelle. Schaltet man dann das Triebwerk ab, in so einem Fall tatsächlich nicht. Man lässt es laufen und versucht dann Last vom Triebwerk zu nehmen, indem man den Schub reduziert bis zu einer Schwelle, ab der die Vibrationen nachlassen oder diese Compressor-Stalls nicht mehr auftreten. Denn auch im Leerlauf liefert das Triebwerk Hydraulik, Strom und Luft für die Systeme des Flugzeuges. Und wie die Piloten das gemacht haben und hier versucht haben, diese Schwelle zu finden, das kann man auch gut im Video sehen. Auf den Aufnahmen ist dann auch noch schön zu erkennen, wie die Crew die Flugsicherung einfach nur noch über ihr Vorhaben informiert. Also nicht mehr um Erlaubnis fragt, bestimmte Steuerkurse oder Höhen fliegen zu dürfen, sondern dies ganz einfach tut und die Info darüber an die Lotsen weitergibt. Alle beteiligten Lotsen rund um Dublin wurden in der Zwischenzeit über den Vorfall informiert und schaufeln diesem A330 jetzt konsequent den Weg frei, bringen andere Maschinen in Warteschleifen und machen den Flughafen mit der dazugehörigen Feuerwehr fertig für die Landung. Die Piloten haben aus fliegerischer Sicht jetzt eigentlich nur noch eine Herausforderung vor sich und zwar eine sogenannte Overweight Landing. Große Flugzeuge haben meist ein maximales Landegewicht, welches deutlich unter dem maximalen Abfluggewicht liegt. Und daher wird in einem solchen Fall auch oft Treibstoff abgelassen, um das Gewicht und damit das Risiko bei der Landung zu reduzieren. Der A330-300, der Erlingis, der kann keinen Sprit ablassen, der braucht es aber auch nicht unbedingt, denn die Gewichtsdifferenzen, die sind beim A330 vergleichsweise überschaubar. An diesem Tag bei gutem Wetter und straffem Wind von vorne, was ja die Landedistanz nochmal deutlich reduziert, entschieden sich die Piloten nachvollziehbar dafür, eine Overweight Landing durchzuführen. Und es wurde sogar das Mayday zurückgenommen auf ein Pan-Pan-Pan, also auf eine reine Dringlichkeitsmeldung. Die Maschine wurde sauber gelandet, die gesamte 2600 Meter lange Bahn genutzt. Die Feuerwehr war darüber informiert und hatte einen Blick auf möglicherweise etwas heiß gewordene Bremsen. Die Maschine konnte dann zum Gate zurückrollen, die Passagiere stiegen aus, wurden ein paar Stunden später, mit einer neuen Crew und einem neuen Flugzeug sicher nach Chicago gebracht. Und das war dann auch schon die Geschichte und damit ein tolles Beispiel dazu, wie gutes Training und vor allem aber eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten, sei es jetzt die Kabinenbesatzung, die Cockpit-Besatzung, die Flugsicherung, alle Beteiligten am Flughafen und so weiter, wie das zu einer sicheren Luftfahrt führt. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar spannende neue Infos für euch mit dabei. Solche Videos zu recherchieren macht mir immer super viel Spaß, weil man einfach die Flightradaraufzeichnung hat, man hat das Video aus der Kabine, wo einfach komplett mitgefilmt wurde, wo man erkennen kann, dass der Kapitän noch eine Ansage durchgeführt hat und so weiter, alle immer wieder mit ins Boot geholt hat. Und dazu kann man in Irland dann auch noch den Funk mithören. Also wirklich perfekt, um das von außen einmal wirklich detailliert aufzuarbeiten. Sehr schöne Sache. Ich hoffe, das hat euch genauso Spaß gemacht und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020